Hallo liebe Kinder, heute zeige ich euch einen ganz besonderen Zaubertrick. Mit diesem Zollstock. Äh, ich meine, mit diesem... Keine Ahnung, was es ist. Ich war nicht besonders gut in der Schule. Also ich zeige es euch. Ihr macht so und guckt mal, es schwebt wie von Zaubertrick. Aber der eigentliche Trick ist... Das muss mir erst mal jemand nachmachen, ne liebe Kinder? Damit ist heute KinderTV vorbei. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.